1, 2, Polizei, 3, 4, Granatier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, Turok, 2 Oh, can you hear him coming? It's Tark, but you better keep running, Oh, can you hear him? Woop-dee-doo! Wooo! Weehoo! It's-a me! I ain't the light-on, Stexter! Und damit herzlich willkommen bei Let's Play Turok! Zwei liebe Grazipa! Und wir sind ein bisschen weiter gekommen, dank des lieben Glühbirmchens. Oder der lieben Glühbirmchen unterstrich 79 folgt die ihr lieben gerne auf Twitch. Da haben wir noch einen Level-Schlüssel. Wooo! Level 4-Schlüssel! Ja. So. Irgendwie haben wir grad nicht geschossen. Bitch-fight-Kamera! Ja! Ah! Da kann ich nicht mehr! Ah, Bruce Lee! Da lässt er den Bruce Lee raushängen! Alter Schwede! Wir gucken mal, wo wir hier hinkommen, wenn wir hier hingehen. Kommen wir da hin? Okay! Alles klärchen, Bärchen! Wie wir zu dem Kanatwerfer kommen, wissen wir noch immer nicht. Aber wir suchen! Wer suchet, der findet! Oh! Warte! Ahhhh! Tschi! Ja, klar! Es trifft mich noch! Klar doch! Hm! Sowieso! Wenn's sonst nix ist, dann ist ja alles gut! Und... So! Ich muss nix sein! Ha! Oh! Oh! Ich hasse dich, Allergie! Uiuiuiuiui! Wenn wir dahinten weitergehen... Wo kommen wir jetzt? Aha, interessant. Sehr interessant. Wir sind kein bisschen weitergekommen, also nicht viel. Da liegen Leichen. Tote Leichen, wohlgemerkt. Boah, ist das Portal. Okay. Höranimo. Ab durch die Mitte. Zur Mitte. Zum Sack. Guten Tag. Sag doch, guten Tag. Na, 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 na. Warten wir noch nicht ganz ehrlich, wenn wir sterben, oder wie? Haben wir noch nicht. Da haben wir auch Portal. Da haben wir wieder Leiche. Ja, das ist gut. Wo sind wir denn jetzt da gelandet? Wuuu. 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 Pfeile. Wuuu. Wuuu. Pfeile. Leider. Ja, da waren wir eindeutig schon. Hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Ja, du bist kein Reh, du bist ein Pferd. Da, da ist die Mähne. Du bist eine Leiche. Das heißt, wuuu. Wuuu. Anders weiter. Wow. Intelligenz lässt grüßen. Hallo. Okay. Vielleicht müssen wir doch durch dieses Portal hier oben. Dann gehen wir mal. Mal anspannen. Und ist tot. Ist er, ist er, ist er tot? Tatsache, er ist tot. Oh mein Gott. Wir haben ihn getötet. Nein. Warum musste er so jung sterben? Wuuu. 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 Oh nein. Warum muss der so jung sterben? Oh nein. Wo ist der Großer, Großer? Wo bist du? Das sieht irgendwie aus, als wenn da irgendwas wäre. Na? Uiuiui. Da hat's niedergelegt. Da ist er umgeflallt. Deutsch. Deutsche Sprache ist schwere Sprache. Komm hier hin. Okay. Alles klar. Okay. Hm. Gehen wir mal hier hoch. Da hatten wir den Kandidaten. Oh. Da drüben geht's auch noch irgendwo hin. Ah. Es schreckt mich doch nicht so. Könnta. So. Danke für die Pfeile. Da war ein Hebel. Okay. Ja. Waren wir hier auch schon? Ich hab keinen Plan. Ob wir hier schon waren. Ja. Ich arbeite in der Kirche. Kein Plan. Hä? Ist das ein Grafikfehler? Könnte es denn sein? Nein. Da war das. Da haben wir hier ein Portal. Oh. Gehen wir mal durch. Dann kommen wir hier hin. Morgen. Tot. So. Meine Pfeile. Nicht deine. Meine. Alles meins. So gehen wir mal nach links. Das war rechts. Aber egal. Verratet mich einfach nicht. Na. 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 Da habete. So wirklich. Und jetzt ist egal, von welcher Seite wir kommen. Da ist ein Portal. Da könnten wir durchgehen. Ja. Schauen wir mal weiter. Ja. Dann mal hier hoch. So. Machen wir heute. Bogen Oli. Hui. Hui. Du kommst auch immer wieder, ha? So. Haben wir irgendwo Gesundheit. Hatschi. Keine Gesundheit? Hallo? Ich brauche Gesundheit. Wir essen so gut. Hallo. Gesundheit. Gib mir Gesundheit. Ei. Ich werde mal die Mausempfindigkeit noch ein bisschen runterstellen. Auf 1.30. Und da machen wir auch auf 1. So. Und ich mach das jetzt noch. Ja. Gucken wir mal. Wo denn? Na. So, dankeschön. Da ist noch irgendwo einer. Wir haben den Bogen anspannen. Und... Schuss. Und... Danke. 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 Oh, dann können wir mal da reingehen. Jui. Jui. Where are you now? My love. I hear you going. I wanna know. Nicht immer hier lang. Mal schauen, ob der da herkommt. Schließlich wollen wir den Pfeil wieder haben. Ich mein Hallo. Ah, ich hatte recht, dass er von da kommt und ich schieße daneben. Wuhu. So, dann können wir mal hier entlang gehen. Immerhin. Haben wir einen Level-Schlüssel gefunden. Mein Gehen kommt Hallo. So. Dann gehen wir mal hier entlang. Da waren wir auch schon in der letzten Folge. Ja, brauchen wir nix. Okay, danke. Danke auch. Danke. Da haben wir wieder die Leiche. Und Portal. Da haben wir große Dinger. Ich höre noch irgendwo jemanden gehen. Vielleicht hier hinten? Nein, von da kommen wir. Okay. Gute Frage. Turok, wo gehst du weiter? Gibt es hier irgendwo einen Hebel oder irgendetwas, was wir übersehen? Irgendwas. Irgendwas muss es doch sein. Nein, da ist ich ja nicht durch. Ist schon mal Safe Call. Nein, ja. Wir hören auch die Brau-Typen. Achso. Äh, 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 äh. Myth? So. Hm. Wie kommt man dort bitte hin? Ich spring mal hier rüber. Da haben wir wieder einen Abgang. Du Rock verwirrt mich. Wie kann man denn nur so eine Schmarrnkacke programmieren, dass man den Weg nicht findet? Gehen wir hier entlang. Dann mal hier durch. Dann mal hier durch. Ich auch. Das muss doch irgendwie... Alter! Der kann mich doch nicht so erschrecken, der Ziffi-Klatscher, der doofe Sack der Wuhu. Sind wir hier? Sind wir hier? Da haben wir den Hebel. Von daraus kommen wir da hoch. Hä? Ich habe kein Plan, wo es weiter geht. Wir sind gerade durch das Dach gefallen. Da geht es nur arschweit runter. Arschweit. Ja, okay. Es wird halt eine kürzere Folge Let's play to rock. Weil ich bin jetzt mit meinem Latein echt am Ende. Also mehr als am Ende. Ich bin am Ende vom Ende. Wo es weiter gehen könnte. Na, ist ja nett, dass da irgendwas gespawnt ist. Das ist ja lieb. Hier waren wir auch schon. Das ist ja lieb. Da haben wir den Scheiß wieder. Das ist ja lieb. Wo zur vorbeigeschlafenen Hölle ist der fucking Weg zu dem kackblöden Granatwerfer. Ist es doch egal, ob wir jetzt da da lang gehen? Oder ob wir da lang gehen? Weil wir einfach nicht zu dem blöden Kackgranatwerfer hinkommen. Ich habe echt keine Ahnung mehr. In Bioshock das gleiche mit dieser verdammten Scheiß-Tähne-Kineser, die wir nicht anfinden. Wenn euch das Video gefällt, dürft ihr mich selber ein Kack-Abo und ein Leuch freuen. So. Ich habe mich nicht beruhigt, aber egal. Wir speichern hier mal auf dem zweiten Slot hier unten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play To Rock wieder. vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Wer weiß das schon? Dann ist es dieser hier. Genau! Woo! Wir haben ein richtiges Spiel dann gefunden. Wir müssen noch einmal kurz hier durch. So, hat er uns getroffen. So eine Ase, Loche. Wir müssen doch nicht hier durch. Wir müssen äh, wieder zurück. Ein bisschen verwirrend. So. So. Hallo! Stirb doch einfach. Bist du tot? Bist du tot? Jawollo! Ich glaube, wir müssen dann doch hier entlang. Geh mal hier hoch. So. Na, 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 na. Nein. Nein, nicht mit mir. Vielleicht hier entlang? I don't know. Hier hatten wir einen Hebel. Gehen wir mal hier hoch. An dem Dude vorbei. An dem vorbei. Hier vorbei. Aha. Nein, auch nicht. Okay. Äh, gehen wir mal hier entlang. Ich sparen mal den Bogen. Safety first. Oder es ist wie es so schön heißt. Sicherheit. Geht vor. Dankeschön. So, warte. Ich komme dann gleich zu dir. Hier haben wir den blöden Granatenwerfer, den ich unbedingt haben will. Ha, 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 ha. So. Danke. Okay. Wo ist denn unser Pfeil hin, den wir vorhin verschoben? Egal. Ist egal. Den findet man nicht mehr. Dann wird diesen hier. Okay, der liegt auch schon. Hä? Okay, wir gehen noch mal durch dieses Portal. Nein. Bleiben Sie stehen. Sie, hallo, unke, sie. Wir gehen noch mal zurück. Ja, ja. Ein bisschen Backtracking kann nicht schaden. Erfreut euch, dann wird das. Ah, ich habe den Jungen geschossen. Hallo. So. Ich höre euch noch irgendwo einen. Aha. Aha, 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 aha. Ja, wo ist er denn? Da. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wir warpen uns mal schnell. Zeige grüß, Durock. Wie kann ich dir helfen? Zeige grüß, Durock. Wie kann ich dir helfen? Also, babe. Ah, Gesundheit. Erstens. Und dann ein schnellen Warp zum... City Entrance. Ja, komm. Gehen wir mal da hin. Na? Na? Ah. Das war der falsche Warp. Wuh. Ja, wir enden die Folge. Ein paar Fails. Wie kann ich dir helfen? Tra-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la. Ich würde gerne Munition haben. Verständliche Munition. Warum auch nicht? Und ein schnellen Warp. Stable? Sie enden es? Palace Entrance. Okay. So. Da wollten wir auch nicht hin, aber wir gehen mal durch das Portal hier. Wuh. Und dann gehen wir mal... Okay. Don't know. Vielleicht finden wir hier was Brauchbares. Hallo. Dankeschön. So. Guten Morgen. Der Herr. Aber da müssen wir auch nicht hin. Hä? Hä? Ja, 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 ja. Gehen wir mal hier durch. Gehen wir schon gut los. Oh, ich habe einmal zu viel geschossen. Egal. Wupp. Wuh. Sei gegrüßt, Wurok. Wie kann ich dir helfen? Ich weiß es doch nicht. Schnell, Wupp, mich bitte mal. To Country Yacht. Country Yacht. Take me home. To the place. I belong. West Virginia. Oldie Mama. Country Yacht. Take me home. I hear a voice in the morning and it calls me. Radio reminds me on my home far away. Na 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 na. Yesterday. Yesterday. Tschöö. Ich habe mich schon wieder beruhigt. Alles gut. Powerhouse. Wie kann man zorn dem Schlüssel da hinbauen? Hast du da oben? Waren wir schon? Also ab durch dieses Tor hier. Da wird es jetzt schon. Ah! Es muss sich also hier irgendwo was sein, was wir übersehen haben. Oder? 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 Es hört sich fast danach an, als ob hier in der Nähe noch ein... Wir gehen mal hier runter. Gehen mal hier runter. Hier vielleicht... Vielleicht kann uns der den Weg sagen. Hallo! Oh, da war gerade ein Vogel vor dem Fenster. Wie süß! Schade, dass ihr den nicht gesehen habt. Aber voll süßes Vogelchen! So. Dann... Wollen wir mal... ...gucken, was uns hier hinter verbirgt. Irgendwas keine Muni mehr. Haben wir noch... Oh, Gewehr... Munition. Dann wird dieses hier. Okay. Schauen wir mal hier entlang. Äh... Vielleicht hier hoch. Hier lang vielleicht? Ja! Tyrannimo! Rein da mit uns! Push! Und Pist. Ja, brauchen wir nicht. Wow! Wo seid ihr denn? Morgen! Au! Ich stehe da vor und schieße daneben. Da gehen wir mal. Wir machen schon weg. Na... Werden sie wohl aufhören. Na, ich sagte... Danke. So, einmal hinfallen bitte. Danke einmal für die Gesundheit. So, und da für dich, Baby. Letzter, der Verzweiflung. Woo! Ja! Wir können das Level beenden. Woohoo! Yay! Warte! Ruhe! Im Karton! Es ist Ruhe im Karton. Dong, 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 dong. Dong, 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 dong. Dong, 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 dong. Woohoo! Ja, 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 halb Tränen in den... Achso, ich drehe mir gerade nicht. Egal! Nice! Ah, ist das herrlich! Ah, wie wunderbar! Ah, ich freue mich! Ah, Karte brauchen wir gerade nicht. Äh, Vorräte. Halte Schlüssel. Bis auf den Breiber Schlüssel. Den können wir das nächste Mal haben. Nice! Ist er tot? Ich denke, der ist tot. Da wäre eine Folge so nicht gewesen. Ja! Wir können das Level abschließen. Wir müssen jetzt nur noch wieder den Rückweg finden. Da war es mal nicht. Gehen wir mal hier entlang. Zehn Gesundheitspunkte! Woohoo! Da gab es doch irgendwo... Morgen, was war mit ihnen los, Sir? Hm. Gab es hier nicht irgendwo irgendein Portal? Wir gehen weiter suchen. Luppi-Di-Doo! Aua! Nein, wirklich, Aua! Warum, Johnny? Warum? Wir gehen hier wieder. Jetzt sind wir wieder hier. Okay. Äh, vielleicht hier durch. Nein. Dann vielleicht hier durch. Es ist so... Äh... Es geht auf beiden Seiten rauf. Also von dem her. Da haben wir nur das hier. Okay. Dann vielleicht doch hier entlang. Okay. Come back! So. Baby, come back! Ich weiß nicht den Weg zurück. Ich weiß wirklich nicht den Weg zurück. Aber wir finden schon den Weg zurück. Aber wir finden schon den Weg zurück. So. Dann hier rauf. Nein! Nein, 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 nein. Nee, warte, warte. Okay, von hier aus rüber springen? Häh! Nein. Der kann sich auch nicht entscheiden. Wir können auch mal kurz hier durchgehen. Dann doch wieder hier durchgehen. Das war falsch. Hä? Doch, hier hoch. Nein! Ich will jetzt nicht spielen. Ich meine, ich will schon spielen, aber ich will jetzt nicht mit dir spielen. Huiuiui. Huiui. Ja, das will ich. Na, komm ich schon. Das würde ich hier mal einen kurzen Cut machen. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir ein bisschen weiter sind. Also, bis gleich. So, da, liebe Kratzer, willkommen zurück aus dem Schnitt. Und, äh, weiter geht's. Und wir schauen, was wird's da? Level... Ja, nur, nur, zwei. Nee, bin ja noch nicht bei Level 4. Level 2 beenden. Wow! Ja! So. Von wo kann man sie? Erste weg. Zweiter weg. Dritter weg. Vierter weg. Wo war der fünfte? Heißt du auf. Lass dir das doch in Ruhe. Na, ich glaub... Ich glaub, es hackt. So. Und der letzte. Uhuuhu. Ich würde sagen... Ist ja schnell gegangen als gedacht, ne? Das war jetzt Mission Nr. 2 und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge bei Mission Nr. 3 wieder. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr.